Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 18 Karriere. Jetzt geht es hier gegen Birmingham zur Sache. Jetzt wird Forte wieder auflaufen. Obranjeck steht auch wieder in der Startelf. William der Joker. So, los geht's. Ja, man hat sich umgesehen nach einem rechten Mittelfeldspieler da war. Ginny noch nicht so in Form, jetzt ist es. Ja, man hat sich umgesehen. Oh. So Armstrong macht hier mal mit. Macht hier mit. Alter. Herrliches Solo. Oh. Verschissen, aber Ak... Nein, nicht Akkupom. Sag ich, was rede ich, Alter? Er ist zur Stelle. Ja, das war schon zu knapp hier Armstrong. Und Forte. Macht es dann. Oh. 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 Puh, dieser Konter hätte ins Auge gehen können. Oh. 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 Topabwehr. Oh. Oh. Das war nichts. Das war so absolut nichts. Wow. Oh. 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 Ja, sehr gutes Stellungsspiel hat diese Mannschaft hier. Die beiden Stars bisher die Torhüter. So, jetzt vielleicht ein Counter. Und da Schulte. Und das gibt den Elfer. Boah, rote Karte hinterher auch noch. Super Solo-Antritt von Schulte, dem Jungstar in der Mannschaft. So, Armstrong wird den dritten. 2 zu 0. 2 zu 0. 2 zu 0. 2 zu 0. 3 zu 0. Gut, dass da der Schlusspfiff gekommen ist. Ja. 3 zu 0. 3 zu 0. 4 zu 0. 5 zu 0. 2 zu 0. 3 zu 0. So. 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 Gewinnen wird man das wohl hier? Ist die Frage bleibt ihr zu null stehen? Oh. Ups. Du folgst meinen Mitspielern nicht eh, Alter. Danke voll, ich gleich einmal... Was? Bist du behindert, Alter? Das war doch nicht von hinten. Geh scheißen, das war von hinten. Oh, das ist... Oh, du bist ein Euschlach, Schiri. Wirklich. Das war doch zuerst nicht von hinten, Alter. Na gut, man muss es so hinnehmen, wie es ist. Alter. Okay. Okay. Der vierte Oficial hat gesagt, dass es ein Minimum von drei Minuten ist, Alter. Schön, Obraniak verweist, dass er noch Klasse hat. Nicht mehr der Allerschnellste, aber er hat Klasse. Hier sehen wir aber mal das 1 zu 0 durch Forte. Das war's für uns. Das war's für uns. Das war's für uns. Der vierte Oficial hatte. Es war's für uns. Das war's für uns. Ja, das war's für uns. Ja, in der ersten Halbzeit haben sich die Torhüter auszeichnen können. Ja, 11 Meter. Oha, die rote Karte habe ich schon vergessen gehabt wieder. Und das haben sie sich sehr gut verkauft. Armstrong, 2-0. Und hier der schönste Torhüter für mich. Vorgelegt Haken, Wapp, Bäm. Vielleicht nicht aus dem Spiel heraus, aber... Also für mich war das eher seitlich. Aber wurscht, Schiri sagt, du stehst ein Spiel lang jetzt am Feldrand. Ich bin ein Feindgemer. Macht's alles gut. Bis dann. Ciao und Baba.